Liebes Publikum, heute ist ein schöner Wintertag, genau wie ich ihn gerne mag. Haben Sie Lust, mit mir durch den klirrenden Winter zu stapfen? Ich lade Sie herzlich dazu ein. Im Walde necken sich Frau und Herr Schneemann. Ihre Liebe ist zum Dahinschmelzen. Weiße Majestäten wachen über uns. Eiskristalle bedecken wie Zuckerguss das Land. Ach ja, und nicht vergessen, warm anziehen. Wir machen eine Schlittenfahrt, werfen den Schneeball, bis die Wangen rot wie Äpfel sind und gehen dann vergnügt in ein Gästehaus. Heute ist ein schöner Wintertag, genau wie ich ihn gerne mag. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Es machen sich so viele Flocken jedes Jahr mal auf. Die Socken fallen vom Himmel auf die Erde, dass alles schön weiß, da werde geboren ist. Die kleine Flocke wolkenwärts, den elften Stock gesteht herab. So auf uns wieder ihre Schwestern und die Brüder. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Millionenfach kommen sie herab und bringen uns ganz schnell im Krab. Um Winterweifen dran zu machen, Schneemann baut und andere Sachen. Leider ist es schon ein Chaos, der Schnee hält's auf, geht lange aus. Denn wenn Frau Sonne auf sie scheint, die Schneeflocke traurig weint. So geht sie leider nun dahin, die schöne Winterkönigin. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunder bist du der Natur und gibst uns einfach Freude pur. Du wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, ein Wunderbarer Eiskristall, ob Schneemann oder Rodelbahn, Untertitelung des ZDF, 2020